Hallo, ich bin wütend, weil die haben Hattie und wir müssen. Ich mag Bacon und Eggs. Oh, da drüben. Wir müssen Hattie retten. Bacon-Face. Bacon. Hi. Wo war denn das Kommen-Nega? Herzlich willkommen zurück zum Battle-Blog-Fieta. Hi, hi. Guck mal, das Kommen-Nega mit dem Gesicht. Bacon. Du bist Bacon-Hero. Ja, ich bin voll der Super-Held-Typ. Come down, was du? Ja, shut up. Okay. Los geht's. Ah, Jep. Oh mein Gott. Hi, hi. Hi, hi. Puh. Weiter, ich bin der Beste. Oh, oh, ein UFO, ein UFO. Oh Gott. Ein UFO. Oh Gott, ein Untersee-UFO. Nein. Nein, nein, nein. Das hat mich geschlagen. Das ist nicht so sinnvoll, wenn wir uns beide kennen. Ich guckst. Warum tust du das? Warum tust du das? Ich tue gar nichts. Das UFO nervt. Hütt. Nein. Mein Gott. Was zur Hölle? Verdammt. UFO. UFO? Böses, böses UFO. Es wirft mit Basketbällen. Basketbälle sind böse. Ich hole dich jetzt. Entschuldigung. Himmel, verdammte Scheiße, das war ich. Okay, es ist unter. Go. Nutzen wir die Guns der Stunde. Yes. Hauen, 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 hauen. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Nudeln, Nudeln. Wirklich? Ich war drüben. Ja, ich weiß, dass du drüben warst. Ich hab das Wolkenau. Ich hab das Wolkenau. Das ist schon mal gut. Aua. So, los. Das ist gut. Hau dich. Ich hau dich. Ich hau dich. Geh weg. Geh weg. Ich hab dich. Ah. Ah shit. Da sind neue Steine. Okay. Viele Steine. Du bist schon wieder unten. Ich geh zur Hölle. Hier haben wir doch gestartet. Ich geh einfach hier lang. Ja, Stein. Für irgendwozu. Weiß ich noch nicht. Ich hoffe, der war nicht richtig. Ha. Getötet. Äh. Okay. Oh mein Gott. Aua. Okay, ich lasse uns einfach. Aua. Nein. Eat my shit. Oh Gott. Wee. Juhu. Oh scheiße. Au. Okay, ich bin hier. Und nun sind da Flügel. Oh Gott. Die Granate kann nicht mehr. Äh. Nein. Okay. Au. Die Steine sind weg. Die Steine sind weg. Juhu. Die Steine sind weg. Los. Aufziehen. Wo muss ich gehen? Wo bin ich? Warum ist ich tot? Äh. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Au. What's going on here? Au. Au. Nein. Verdammt. I need neue Flügel. Ey. Nein. Oh. Was hier los ist? Nein. Ich hab keine. Ich hab keine Strecke. Was ist das? Okay. Nein. Yes. Oh. Oh. Boah. Was ist hier los? Ich hab keine Ahnung. Ich will einfach nur nach Hause. Oh yeah. Okay. Alles klar. 2 oder 2. Muss ich gesteben bleiben? Ne. Mach den Stein da drauf. Tu es. Tu es. Tu es. Auf den Schalter. Dann ist das hier frei. Aber was. Das bringt. Weiß ich auch nicht. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ja. Pineapple Power. Pineapple Power. Ja. 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 Pineapple muss erst weg. Pineapple. Pineapple. Du kannst jetzt gehen. Pineapple. Pineapple. Hey Pineapple. Sieh in meine Augen. Okay. Los. Doch. 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 Wo sonst? Ganz am Rand. Da wo wir stehen. Wir sterben. Ja. Nein. Nicht der Rand. Warum nicht? Unser Rand. Hier. Unter mir. Okay. Da. Genau. So. Pineapple. Ah. Meine Güte. Ich bin zu doof für alles heute. Hi. Oh, wer hat die Bälle geworfen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, alles will mich hier töten. Ich weiß nicht, wie ich darauf kommt. Ich weiß auch nicht. Oh Gott. Nein. Ich sterbe am letzten verdammten Bösel. Ich habe den Spikes. Ja, super. Wirklich. Toll. Wirklich toll. Nein. Oh Gott. Was? Okay. Ich bin nicht gestorben. Nächster Checkpoint. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nicht, bin nicht, bin nicht, bin nicht. Easy, easy. Easy, easy, easy. Woo. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Oh, ich habe es geschafft. Ich lebe. Nein. Ich muss warten, bis ich... Nein. Nein. Ich gehe nur in dem... Nein. Hör auf, Granaten zu haben. Dreckige, dummig, kacke. Tracer. Nein. Oh. Oh, oh, oh. Guck mal. Gem, Leute. Gem, Leute. Laufen die Granaten. Perfekt. Wie komme ich jetzt an den Scheiß-Gem? Nein. Er hat mich gehauen. Er hat mich geschlagen. Er hat mich total geschlagen. So. Hab ihn. Ich habe den anderen. Da ist das Ziel. Über uns. Ja, warte, warte, warte. So. Hab ihn. Spring auf mich drauf. Oh, Baby. Oh. Oh. Gleich. Oh. Nein, mein Kopf ist größer. Das Ziel. Famous. 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 Kapitel geendet. Huuuuh. Huuuuh. I admire your tenacity. Truly I do. For show. But things have really gotten out of control here. You've all quickly gone from prekocious, lovable scamps to problematic liabilities. How ridiculous. Are we truly the only sane people on this twisted island? Or perhaps we're the crazy ones. And they're all sane. What a twist that would be. No, that's impossible. These guys are bat poop crazy. We gotta get the Hattie ASAP. As soon as beer home like a bullet. Mega super. Very fast. But you gotta get through that vault and get that key first. And this particular vault is more dangerous than telling a girl she's chubby. Oh, my God. I know, right? It's a poop-inducing nightmare in there. You're gonna be killed until you're dead. But, you know, put your big girl panties on. Everybody has problems. And not to add another ingredient to your rich, chunky stew of personal problems, but the staff's out for blood now. And they mean business. Their spirits have grown far too weary, children. And a weary spirit requires sustenance. Rich, buttery sustenance. Sustenance is only sustained by killing Hattie and starting this insanity all over again with a new person. What a counter-productively futile charade this is. When will they shatter their shackles of ignorance to transcend the bane of their self-afflicted miser- When will they stop being stupid, crazy, dumb jerks? Everyone's kind of sick of it. But I guess there's no reasoning with madness. Or cats, for that matter. Seriously, try talking sense into a cat. They just stare at you with their lifeless, patronizing eyeballs for, like, a couple of seconds. And then they just walk away. And then you're like, Don't turn your back on me. And they're like, Nah. And then you're all like, And then they're all like, Nah. What it is, what it is. I guess. So are you ready for the most importantly important mission of your entire life? I hope so. It's time to show these guys they picked the wrong boat of friends to tangle with. Just hold on a little longer, homie. We're coming for you. So, it'd be nice if you could meet us halfway, but, you know, whatever. Mää. 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 Okay, also, sie werden uns... Warte, Nudel, Nudel. Ja? Wenn wir hier durchgehen, werden sie uns töten, bis wir tot sind. Da war eine Hattie-Statue. Oh, so viele Gems. 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 Es ist noch nicht vorbei. Doch, da ist Hattie. Das Hattie. Das Hattie. Das Hattie. Das Hattie. Schnell. Kapitel 8. Die Gruppe. Okay, wir rushen jetzt. Oh Gott, das geht immer noch weiter. Wir rushen jetzt diese Kapitel. Go. Ha. Go, go. High Speed. Keine Gems. Keine Wolle. Wir brauchen aber Gems, um den Ausgang zu öffnen. Drei Gems. Was? Ja. Oh Gott. Wo bin ich? Hier bin ich. Du musst mich da rüberwerfen. Okay. Machen wir es so. Go, go, go. Wui. Wohl den Gem da unten. Wohl den Gem da unten. Ja, warte, warte, warte. Warte, welcher ist das noch? Wie geht das nochmal? So. Du musst dich da schon dücken an der Stelle dann. Ja. Let me do my mission. So. Nee, du musst... Ich hab das doch gemacht. Bleib da stehen. Bleib da stehen. So, geh runter. Und geh drauf. Genau. Siehste? Ja. So haben wir uns gemacht. Alles richtig gemacht. Da ist noch ein Gem. Oh. Ich hab mich gar nicht bewegt. Blödes Ding. Wir haben gleich zwei, drei Gems. Höh. Ah. Wir brauchen diesen Gem. Wir brauchen diesen Gem. Habe ihn. Oh. Oh. Okay, let's go. Au. Au. Oh. Da würde ich auch ausrasten. Da ist ein Gem. So. Oh. Aber keine Gems mehr. Wir brauchen den Exit. Nein. Bum. Tu es. Bleib drauf stehen. Wozu war das gut? Hierfür. 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 Oh. Warte, ich geh mich töten. Oh. Äh. Nein. Verdammt. Oh. Oh. Wo landen wir? Hier landen wir. Okay. Einer muss ihn nochmal herlocken. Komm her. Komm her. Komm her. Stell dich schon drauf. Komm her. Oh. Verdammt. Du solltest dich drauf stellen. Verdammt. Der kommt doch egal wieder zurück. Okay, hol ihn dir. Hol ihn dir. So. Hier bin ich. Ich bin schon wieder tot. Oh. Was? Stell dich drauf. Ich weiß. Ganz. Stell dich. Stell dich drauf. Und los. Okay. Okay. Das andere hat einen Delay. Okay. Achtung. Fuck. Was zur Hölle ist gerade passiert? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Oh. Oh. Ja. Nein. Okay. Das erste Level zu Hattie würde ich gerade nicht geschafft. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Keine Wolle. Ah. Das will keiner mehr sehen. Wir wollen zu Hattie. Hattie. Wir wollen zu Hattie. 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 Da rasselt er voll aus. Oh. Danke. Hey. Hey. Hu. Ha. Hattie. Puh. Puh. Ha. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wieso musst du mir zwei hintereinander einen Sprung verkacken? Weiß ich nicht. Weil ich es kann. Ha. Ha. Oh. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den nehme ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Great. Just. Just great. Nein. Ich wollte den Gem haben. Gib mir den Gem. Ich will ihn haben. Nudel. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Das ist nur. Boy. Das ist nur. Zur Ablenkung. Ich will aber. Die Gems sind nur zur Ablenkung. Fuck auf die Gems. Ne. Aber. Aber. Er ist die. Die wollen nicht, dass wir Hattie kriegen. Nudel. So. Hab ihn. Gem. 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 Hölle. Hölle. Äh. Wie soll ich denn da holen? Äh. Komm mal her. Warte. 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 Spring. Spring. Nein. Okay. Ja. 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 Sehr gut. Ich bin noch gestorben. Ich komme lieber weg. Äh. 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 Gott. Nein. MlG. MlG. Nudel. MlG. Wui. Danke. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Nein. Ich will das Ziel. Ich will das Ziel. Hippe mich jetzt. Ich will das Ziel. Bist du denn Banane? Bist du denn Banane? Nein. Ich will noch nicht. Wir brauchen keine Gems mehr. Aber das war ein Wollknäuel. Wir brauchen auch keine Wollknäuel. Wir mögen diese Katzen nicht mehr nudeln. Aber ich... Miau. Nein. Nein. Oh Mann. Wir helfen diesen Katzen nicht mehr. Wir wollen nur noch Hattie retten. Jetzt... Knieppe. Knieppe. Ich brauche doch Knieppe. Ist das kein Teleporter? Doch. Das ist wahrscheinlich anders. Oh, doch. Oh. Äh. Man muss halt beide aufmachen. Oh Gott. Was ist das? Cool. Oh Gott. Da waren Stacheln. Ah. Ah. Wo geht's denn hin? Was ist hier oben? Ein Gem. Oh mein Gott. Hui. Hui. Okay, wir brauchen eine Schweine. Hi. Come here. Go, go. 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 So. Hui. Scheiß. Oh, da ist ein Gem. Oh nein. Wie bist du hier runtergekommen? Oh nein. Da ist ein Gem. Wie bist du da runtergekommen? Geh mal hoch in das Ding. Und lass dich runter. Hui. Genau. Hallo. Wach auf. Ist das Auskack-Ding wieder? Ich sammle keine Gems mit dir. Das protest nicht. Oh nein. Ich muss das erst... Es ist geplatzt. Es ist geplatzt. Geh weg da. Wir müssen das hier weg... Es muss da hochlaufen. Ja, aber ich kann nicht, wenn das Vieh da ist. Ja, dann musst du das Teil hier hinstellen. Hier hin. Warum hier hin? Nein, noch einen zurück. Noch einen zurück. Nein, nicht dahin zurück. Andersrum zurück. Noch einen. Was soll das bringen? Pass auf. Oh. Es ist trotzdem gestorben. Ja. Willst du mich verarschen, Hühnchen? Lass es da stehen. Oder es muss da hin. Aber das geht ja auch nicht. Komm mal her. Komm mal her mit deinem Kiegel. Ah, er stirbt an den Raketen. Warte mal. Dann stell dich da hin. Warte. Genau. Nein. Du blockierst es jetzt. Oh. Kann man das Ding nicht zerstören? Attackiere es. Ja, kann man mit seinen eigenen Raketen. Dann ist es kaputt. Hä? Hä? Es gibt trotzdem. Kannst du mich da noch rüberwerfen? Ich versuch. Äh. What the fuck just happened? Hm. Warum stirbt es? Und wenn es da vorne ankommt? Das ist scheiß. Wie weißt du das? Vielleicht muss es auch auf den Stacheln stehen, dass das Ding hier ganz weg muss. Das... Aua. Gib mir das. Ah, dann geh doch. So. Aber wie soll das ganz aus dem Weg geschafft werden, wenn die Wolke blockiert? Ah, es geht einfach hier lang. Es stirbt bei den Schildern. Okay. Bei den... Ach so, das sind die... Das sind die... Kein Hühnchen hier Schilder. Wir müssen das irgendwie rauskriegen, das Ding. Aber wie kriegt man das raus? Äh. Oh mein Gott! Hä? Ah, du Drecks... Ja, geil. Du Kackvogel! Warte mal, Nudel. Oh. Oh. Okay. Schubst du den rüber? Du, wir können ihn lenken. Dann musst du das Ding wegschieben auf die andere Seite. Weiter, 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 weiter. Nein. Perfekt. Was rum? Nein. Nudel, was rum? Ich dachte, ich dachte, er läuft auf mir. Geh hoch. Oh mein Gott! Dankeschön. Sehr gut. Mein Gott. So wird sie durchwaschen. Au. Was? Was? So. Wo bin ich? Ich bin hier oben? Oh Gott. Ernsthaft? Ich bin hier oben? Ja. Ich warte immer auf dich. Ey, was soll das denn? Töte mich. Bitte. So. Dankeschön. Nudel? Könntest du deinen Arsch bewegen? Ich hatte es vor. Irgendwann mal. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Oh Gott. Töte mich aus. Oh Gott. Was ist das denn hier? Warte, Blätter. Warte, Blätter. Warte, Blätter. Warte, Blätter. Warte, Blätter. Warte, du darfst springen. Ja, der reicht auch. Spring doch einfach rüber. Boah, wow. Aber wer braucht denn das Wollknäuel? Ich, ähm... Einfach nur ins Ziel. Äh... Wollknäuel! Baking! Baking? Baking ist super. Meine Katze ist gerade an meinem Page. Okay. Hat das was mit dem Spiel zu tun hat? Ich weiß nicht. Oh Gott, meine Katze ist gut. Oh, du riefst mir! Ich hätte mir gerade eine Pistole an den Kopf. Oh mein Gott. Da ist kein Shop. Siehst, wir brauchen gar keinen James mehr. Ich hab's gewusst. Vielleicht ist der woanders. Nein, wir brauchen keinen mehr. Ich will Hattie retten. Ich will Hattie... Hattie gekauft. Ja, das ist ja gut. Okay, dann... Äh... Genau. Okay. Ich bleib dann mal hier. Was macht der? Aha. Okay. Und was bringt uns das? Ich weiß es noch nicht. Genau. Ah. Okay. Und weiter? Genau, unten können wir nicht rein. Jetzt kannst du vergessen, dass wir da unten lang können. Äh, tja. Oh. Schatz. Das Wohnzimmer zu zerlegen. Äh. Genau. Ja. Und jetzt? Läuft. Äh? Jetzt kommen wir da gar nicht mehr rüber. Danke. Was? Warte, ich werfe dich einfach. Das geht nicht. Good job. Äh. Oh. Ah. Warte mal. Jetzt fällt er runter. Ah. Oh. Hä? Oh, mach das nochmal. Geh nochmal auf der anderen Schalt. Weiter links. Ah, ich komme da ja nicht durch. Das ist richtig. Hä? Oh, er muss auf Domo fallen. Okay. Er muss auf Domo fallen. Auf Domo. Warte. Dann muss ich mal auf die andere Seite. Ich muss Domo dann einsperren. So. Und hier rauf. Domo hat ihn. Domo hat ihn. Domo hat ihn. Guter Domo. Okay. Du hast mich weggeweht. Ja, weil du auch nicht auf den Chantel drauf gehen sollst. Äh. Äh. Domo. Domo. In welche Richtung Domo? Domo. 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 Okay. Domo. Domo hat ihn mit. Domo hat ihn. Oh, wirklich nicht. Okay. Ähm. What the fuck? Was ist das für ein blödes Spiel? Ah! Ah! Ha! Verdammt. Okay. Das war ein bisschen... Bitteschön. Würdest du mir vielleicht helfen? Nein. Ja! Ja! Ah! Ich bin da weggegangen. Muss auf mich drauf, auf mich drauf! Go, go, go! Hupf! 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 Hupf, Baby! Okay. Okay. Auf mich drauf, go, go, go! Hupf! Nö, warum hilfst du mir nicht? Weil... Es ist zu spät dann. Yeah! Woah! Baby! Yeah! Ui, 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 da! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße! Oh, heilige! Nein! Ich dachte, ich bin du. Hahaha! Scheinenkleister! Hahaha! Yes! 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 Hey! Oh Gott! Rudel! Was ist das? Was ist das? Das ist der beste Pinard hier. So! So! Genau, springen bitte da, bleib da bitte, ja, bleib da bitte drauf, na! Ja, warte! Und nu? Anderer Schalter. Kannst du mir wieder helfen? Ich versuche es, warte. Geh doch gleich runter! Nein, 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 warte! Nudels Reaktionszeit ist heute sehr verlangsamt. Ja, ich, ich, ich will halt vorsichtig sein. Oh, nein, oh, nein. Nein! Warum spare ich hier oben? Ja! Jetzt, Alter! Du musst, ah, das ist, ist halt auch mit dem Blitz unten, ne? So, warte, warte, warte. Du musst jetzt voll warten. So, warten. So. Oh, du musst jetzt den da rüberbringen. Sicher? Ja, ganz sicher. Fuck are you game? Oh, du hast mich enttäuscht. Lass mich dich hochschlagen, oder? Ja, toll. Du bestehst ja auch da, wo ich an die Löwen ziehe. Ganz toll. Wie geht das denn? Oh, Mist. Hühnchen! Nein, ich bin noch nicht. Ich bin nicht. Nein. Ich bin nicht. Hey, ja. Amen. Oh, jetzt weiß ich nicht. Okay, ich geh doch. Egal. Die Katzen kriegen keine Wollte mehr. Die waren böse. Das waren böse Kätzchen. Böse Kätzchen. Ganz Pilsen, 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 Kätzchen. Pilsen, Kätzchen. Wir sind die Komödiein. Baby, wir sind die Besten. Genau. Voll. Wir werden beobachtet. Da ist eine Kamera. Ja, wow! Wow! Okay, man muss also schnell sein. Wow, so schnell kann ich... Oh Gott, oh Gott. What the hell is happening? Tim, Tim. Und ich? Ja. Bitte nicht, nun. Töte dich einfach nur. Nein, niemals. Hi. Hallo? Lässt die Scheiße mal sein. Warte, warte, warte. Ach so, okay. Ähm, was? Ich rieche Pineapple. Lass mich mal umgehen. Ich rieche Pineapple. Ja, wie willst du das hinkriegen? Äh, über deine Leiche laufen und wir irgendwie beide runterkommen? Ja, du bist gut. Oh nein. Ah, da oben ist noch ein Knopf. Ja, genau, deswegen will ich da auch hin. Du hast schon einen Doppelsprung gemacht, deswegen ist das doof. Ach so, ja. Ja, dann brauche ich dich hier. Inwiefern? Lass mich auf deinen Kopf drauf. Ja, du musst schon so entstehen, dass ich auf deinen Kopf raufkomme. Ja, du musst ja auch da weggehen, dass du auf meinen Kopf raufkommst. Vor allem rauskommst. So. Hast du tatsächlich einen Doppelsprung gemacht? Ich bin Idiot. Okay. Okay. Toll. Schweinchen! Schweinchen, Schweinchen. Schweinchen, Power. Toll. Toll. Warte. Geh nochmal, warte. Geh nicht brücken. Die Brücke. Die bräuchte ich hier. Ich brauche dich her, Nudel. Ja, ich geh schon. Ich. Oh shit. Ja. Du schaffst das, Nudel. Natürlich schaff ich das. Wupp. Zack. Ah. Ah. Komm her, Schwein. Ich hab dich lieb. Bist du jetzt fertig? Bist du jetzt fertig? Ja. Whoa, 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 whoa. Nein, nein, nein. Oh shit, Baby. Oh shit. Jetzt bin ich hier oben. Ah, verdammt. Du bist mir ständig im Weg, ey. Deswegen bin ich so schlecht. Jetzt wird es jetzt auf dem Licht. Äh. Ging das Ding laufen? Oh, ich weiß. Okay. Ich muss runter. Du musst, upsie. Eins, zwei. Oh, da hab ich eine Kleinigkeit vergessen. Auf drei rennst du los, okay? Ich zähle. Eins, zwei, drei. Nein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Diese Abstimmung. Eins, zwei, drei. Nein, Blitz. Eins, zwei, drei. Oh, yes. Oh my God. Ich mach das nicht auf. Wolk, nein. Ich brauch kein Wolk, nein. Scheiß auf. Oh Gott. Warte, da. Katze sind nicht zu wert hier. Habe ich das überlegt? Es ist so fisch. Ja, ja. Ja, ja. Huuu-ba. Hunde, hunde. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Hunde. Ja. Zur Hölle. Oh my God. Was? Ich will auf. Was? Ja, genau. Okay. Okay. So behindert, ey. Ich dachte, ich bin aufwärts am Ende hin. Dämlich. Am Ende noch mit den Legs zu kämpfen halten. Mal in den Augen. Was für... Oh wow. Okay. Au. Wenn wir es schaffen, wir hatten schon drei Gyms zu kriegen, so wie hier. Aber kurz mal wieder raus. Dann kriegen wir vielleicht sogar den Trennen. Einen hab ich. Au. Ach, scheiße. Wieso ertrink ich... Was? Da ist dann gleich der dritte frei. Wieso? Wieso? Kann ich das nicht? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Ich hab mich sogar noch festgehalten, weißt du? Ich äse dich. Ich äse dich. Nein. Oh. Smokey. Was hab ich denn jetzt wieder gemacht? Du hast mich runtergeschubst. Ich bin Käse haltig. Du hast noch nie Käsekuchen gegessen. Du hast kein Anrecht darauf, das zu sagen. Oh nein. Ich hab Käse gesagt. Nicht Käsekuchen. Aber es hat was mit Käsekuchen zu tun. Geh runter. Ich habe heute Käsekuchen gegessen. Soll ich runtergehen? Oh. Nein. Jetzt bin ich hier. Oder so. War der Pinot? Oh Mann. Jetzt komm ich wieder nicht hoch. Du setzt sie immer total genial. Wir haben die Gems. Wir müssen jetzt nur noch zurück ans Ziel. Oh. Da sind Stacheln. Nur noch zurück. Ja. Ich bin immer wieder nach Hause. Nimm dir einfach alles weg. Ist okay. Du musst du es auch immer. Katze. Gar nicht. Oh mein Gott. Da ist irgendwas mit der Katze los. Ja. Noch zu neues Level. Nein. Wieso geht das? Was war das denn? Hallo? Hallo? Oh Gott. Das ist wie Flappy Bird. Das ist wie Flappy Bird. Machst du das mal richtig? Ja. Du kannst mich nicht richtig... Was? Warte. Ich hab gesagt, warte. So. Wah. Wah. Ja. Und nun? Du hättest dich festhalten sollen. Halt dich doch einfach mal fest. Du musst dich total festhalten da. Leute, du hättest dich festhalten. Hi. Gut gemacht. Nein. Ich hab's doch fast geschafft. Oh mein Gott. Gracious. Toll. Was soll ich denn da? Ich kann lang gehen. Du kannst jetzt nämlich über die Dingdauer springen. Wenn du hättest. Total. Zu springen. Nein. Ich hab den Gem bekommen. Hallo? Lässt du das mal? Das war ein perfekter Pinnobeschuss. Tschüss. Meine Fresse, ey. Was ne Hektik. Was ne Hektik, ja. Wahnsinn. Haben wir einen Zeitbonus? Aber warum kriegen wir die Zeit? Nein, natürlich nicht. Weil nun so langsam ist. Okay. Die letzten drei vor Hattie. Die Folge ist zu Ende. Oh. Man kommt da so durch. Was geschieht hier? Oh. 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 Vielen Dank fürs Zusehen. Kommt mit mir. Lacken. Was nicht sonst alles für uns zu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hör auf damit. Lass mich hier ruhen. Lass mich. Oh. Mann. Lass mich sterben. Lass mich doch in frieden sterben. Tschüss. Nein.